Hallo, hier ist Max und Ash. Und heute machen wir mal ein Ninjago-Dschungel-Set auf. Heute machen wir mal ein Ninjago-Dschungel-Set auf. Das ist eine Dschungelfatte mit Kai und seinem goldenen Schwert und Kreid, seiner Totenkopf-Axt und eine Doppeljadeklinge mit einer Trittfalle, die schwingende Schwerte auslöst. Jetzt zeige ich die Rückseite. Hier sieht man die beiden Jadeklingen. Hier sieht man, wie Kai gegen Kreid und Jadekling kämpft. Und hier ist die Dschungelfalle noch mal größer mit den beiden Dschungelblättern. Hier hat Kai die Jadeklinge und da ist Kreid mit seinem Totenkopf-Felm und seinem Totenkopf-Axt. Und dort sieht man, wie sich die Dschungelfalle bewegen können. Oben sieht man noch mal Kai mit der Jadeklinge und Kreid. Lass uns den Karton ausbacken. Jetzt eine Tüte. Noch eine Tüte. Und eine Aufbauanleitung. Jetzt bauen wir es auf. Damit es nicht so lange dauert, zeigen wir es im Zeitraffer. Los geht's! Wo im Dschungelfall ist fertig zusammengebaut. Jetzt gucken wir uns den Aufbau nochmal genauer an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der Aufbau der Lego-Ninearo-Dschungelfanne. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt uns Kommentare, zum Beispiel was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Und natürlich abonniert unseren Kanal. Thumbs up and please subscribe. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank.